In diesem Video spiele ich drei Runden 1.19 Skywars auf dem RoyPixel.de Server und versuche alle Kills zu erreichen. Damit, let's go in die Runde. Und damit sind wir in der ersten Runde. Wir haben das Kit Tank auf der Map Spring, schön zu looten. By the way, eine sehr sehr unterschätzte Sache auf dieser Map sind die Scaffords. Damit könnt ihr nämlich super super schnell, super einfach in die Mitte kommen. Also wirklich das Einfachste vom Einfachen. Können wir mal mit dem anfangen. GG. Let's go. So. So. aber der boy hat noch überlebt und jetzt holen wir mal den letzten und damit ist er gestorben dann schauen wir mal gg rein und wir sehen uns in der nächsten runde so damit sind wir in der nächsten runde etwas voller wie ihr vielleicht schon gesehen habt live stream ich auch auf diesem account nicht jeden tag sondern wahrscheinlich ein bis zweimal die woche bin mir da noch nicht ganz sicher wie ich es machen möchte es gibt viele leute die leider youtube keine chance geben von wegen live streams was ich schon schade finde aber es kommen immer mehr leute und das freut mich so da haben wir schon mal ein kill zweiten kill jeden für den dritten kill ich habe leider nichts zum rüber teleportieren wir haben hier noch jemanden auch sehr sehr op was war das denn so 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 GG damit auch ein GG auf der zweiten Runde. War eine sehr sehr schöne Runde mit fünf Kills tatsächlich. So und da sind wir auch in der letzten Runde Spring wieder mit etwas weniger Personen. Bis jetzt haben wir jede Runde schön gewonnen und jede Runde fast alle wenn nicht sogar alle Kills gemacht. So. 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 Von der Runde noch nicht. So. Das war es mit diesem Video. Lasst doch gerne mal ein Kommentar da wie euch das Video gefallen hat. vergesst nicht zu liken und ein Abo dazulassen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!